Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiter paar Digimon Cybersläufe, ich bin es heute im Simafix. Die Dinge überschlagen sich hier langsam. Wir haben es geschafft und sind nun kurz davor, hier den Valhalla-Server zu finden, was ja aber nicht unser Ziel war. Wir wollten ja erstmal hier alle Leute aufhalten. Wir haben es erstmal geschafft, mit einem ganz tollen Ablenkungsmann über WarGrowmon und Metallgerudomon abzulinken und die gute Nokia erstmal in Schacht zu halten. Daraufhin haben wir die sechsten Hacker getroffen, natürlich mit Yugo und Faeas Anführer, die, die sich dort reinhacken wollten und wir wollten ja verhindern, dass sie eben in dem Valhalla-Server an das Zero reinkommen. Weil, und auch wieso, weil wir erfahren haben, als hat Arata uns gesagt, dass er, also Feier hat uns das gesagt, dass Arata ein ehemaliger Hacker von den Jules waren, die sich aber irgendwann mal aufgelöst haben. Und Arata hat uns erzählt, dass es so war, dass sie mal eben versucht haben, den Server zu hacken und es damals nicht geschafft haben. Weil irgendwas Furchtbares dort rausgekommen ist und ich denke, dieses Furchtbare werden wir jetzt auch treffen, weil, daraufhin kam es halt zu einem großen Kampf. Die Rebellen, inklusive Nokia, waren nun auch da. Maxi, die Jules, weil Arata noch ein paar von seinen Verbündeten geholt hat. Und natürlich die sechsten Hackers mit Yugo und Fae. Alle stehen sich gegenüber, ein richtiger Showdown. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, Yugo und sein Machine-Roman zu besiegen. Und nun müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ich bin nämlich sehr, sehr gespannt. Ich bin nämlich sehr, sehr gespannt. Ich bin nämlich sehr, sehr gespannt. Ich bin nämlich sehr, 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 sehr gespannt. Ich bin nämlich sehr, sehr gespannt. Das war's für heute. Achso, ich muss jetzt kämpfen. Ist das geil, Mann. Alter, Mann. Ich muss den Kampf machen. Das ist doch scheiße. Also, es ist... Ich finde das kacke. Ich will den Kampf nicht machen, weil ich habe nichts von dem Kampf. Okay, okay. Also, unser größtes Problem ist im Endeffekt... Ja, okay. Wir haben zwei Digimons, wo wir schwächer haben. Also, wo wir die schwächen können und zwei, die die haben. So, Metallische Wurstklaue erstmal. Die ist verdammt stark. Und zieht ja auch schön viel Schaden ab. Aber, ey, Leute, ich habe nichts davon. Ich habe halt keine Erfahrung dadurch. Sondern wir hauen erstmal eine Planetenkraft raus. Planetenkraft! Aber trotzdem, Mann, ey, die hat gleich mal drei Digimons. Das ist jetzt auch so quer, Mann. Das ist auch unser mega Digimon. Oh, mein Gott. Jetzt sind sie schon wieder dreimal dran. Viermal? Ja, klar, Mann. Ich habe einfach meine Special Moods an. Wenn ich sterbe, sterbe ich auch. Bei mir ist das Wurst, Mann. Das interessiert mich Nokia, Mann. So, das wird jetzt aber wehtun. Was ist Mirror Reflection? Will ich das wirklich wissen? Ach, ist mir doch scheißegal. Metallische Wurstklaue, Mann. So, jetzt kriege ich was zurück, oder? Na. Was ist Mirror Reflection? Ich weiß es nicht. Na, Parallel... Ach, komm! Playtime is over! Ja, genau! Amethyst Mandala. Ja, ja, ich kenne die Attacke. Ich habe das Digimon auch nur. Meins ist cooler. So, muss ich mich jetzt echt drum kümmern, dass ich jetzt hier gewinne, oder kann ich einfach mit einem draufhalten? Machen wir mal großen Donate. Double Fire to one foe. Schauen wir mal, ob das klappt. Großer Donate. Uh, cool! Ey, Spiral-Kra... Oder so heißt das, ja. Ich kann gleich zwei attacken. So, das war es aber jetzt. Erwinst ist mal... Ja, wir konnten ja nichts dagegen machen. Komm, Metall. Du stehst da, Metall. Das war es jetzt. Na, ich bin echtar. Du hast schon gesagt, ich bin echt�� Dinge Jon. Nichts, ich bin echt.. Dann ist es das Schluss. Alle, ich bin echt ehrlich. Okay. Mathastinger Victory! Ich bin echt hard. Ich bin echtes Amour vonisen. Ich bin echtst. Ich bin richtig, ich bin echtima. Wohrgreymen! Das war's für heute. Nokia-Mädel, bist du cool einfach. Okay, nochmal gegen alle drei. Kämpfe ich jetzt mit? An-san, Ahn-け-totra-Gow-de-de-diese-vice fulgatasi, ichi-Ata-li-ba-tari-da-ttankai-min. Wagana-wa Omega-Mon. Tomoto-no-ta-schenka-na-kizuna-ni, I-iva-co-ta-e-yo. So,そうそうそうそうそうそう! So, soいうことだよね! Geil, man. Okay, Leute, wie awesome, man. Omnimon Level 50 aus der Kraft der Freundschaft. Hey, wo ist mein Omnimon, man? Ich will auch einen Omnimon haben, so. Transcend Sword. Oh. Ich weiß es, man. Das ist krass, ich will das. BAM! Oh. Zur Hälfte War Greymon und zur anderen Hälfte Metallgarurumon. Oh. Da feilt er. Nokia. Also, Mädel, man kann dir viel vorholfen, dass du verpeilt bist, dass du merkwürdig bist, aber... Einfach null Schaden, Mann. Ja, der Filmstern. Soll ich jetzt weinen, oder was? Oh. Und jetzt. Ja, die Kanone von Metallgarurumon. Awesome, Mann. Omnimon. Das Geisterdigamon eh überhaupt. Das, glaube ich, gibt. Das heißt, ich glaube, es ist halt einfach so. Und es ist einfach... Cross-Control machen wir jetzt auch mal. Alter, Cross-Control. Eh, die krasseste Attacke. Jeder Angriff mit, das reflektiert, Mann, den wir abbekommen. Oder ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr. Soll ich mal power'n, Mann! Weg! Komm, haut, haut, haut auf mich drauf, Mann! Da bringt er dein Mensch, den Charles auch nicht was der Kuhi, Mann. Hey, Leute. Wir sind schwächer als Nokia. Ich wollte es ja nochmal angemerkt haben. Das ist nicht gut, Mann. Wir sind echt schwächer als Nokia. Aber was soll man tun, Mann? Was soll man tun? Komm, behänden wir die Sache. Fuck! Nokia, Mädel. Du bist so krass drauf. Komm, greif mich nochmal an. Ach, du machst nur deinen blöden Mental Charge. Ja, okay. Dann machst du deinen Mental Charge. Das ist mir eigentlich wurscht, Mann, bei mir. Nokia, ey. Also, mal wieder hammergeil, dass ein Anime-Cutschen kam und jetzt Nokia und die Omnimon beenden das, Leute. Ich glaube, hinter ihren Worten steckt schon noch einiges mehr, als wir mal denken. Okay. Ich glaube, es geht um, was soll man tun, was soll man tun. Wie soll ich mich verletzen? Ich möchte nur die Welt der Schmerzen des Schmerzen des Schmerzen! Hey, hey! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, ja, ja! Vielen Dank! Was? Das war's für heute. Wenn ihr alle hier habt, dann... Und dann... Was ist das? Was ist das? 5,000,000,000,000... Aninha, 2,000,000,000... Tiefen, 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000... Sonst musst du mal darauf achtern... Und dann auch meinen, 3,000,000,000... Wann geht's? Qualität dieser Daseinsen? Wanns du... Wanns du sie aus? Und wenn ihr ein, zweit der Daseinsen? Ich denke, sie haben diesen Elmfeld aufgemacht. Wir werden die Elmfeld wiederholen. Wie wir so versuchen, wir müssen nicht mit Geld kaufen, Wir zeigen uns vielleicht seineuga quote. Oh, was ihr nach unten zusammenarbeiten? Ich kann mich nicht sagen, dass ich wirklich konseigne? Kyoko, der wir alles verletzen! Ich sage das, dass wir es nicht siente. Aber ich weiß, dass ich noch nicht so lange sagen kann. Ich sage es, wie wird das fest? Was ist das, was ich... Der Herr der Fall vor dem Mal ist etwas zu很好, Das war's für heute, dass die Eater nicht so schnell sein kann. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Eater sind auf die Digital Wave. Das war's für heute. Und dann wird's auch noch nicht. Ich glaube, dass ich das hier nicht mehr sehen kann. Ganz schön, was ich hier passiert? Ich finde das nicht einfach. Nun, dass ich die Flurgrücher für den Karten befestigt. Ich habe nicht das Problem, aber ich habe es nicht black. Ich habe es nicht verletzt. Was ist das? Hilfe für dich! Ah, Pee-Pee, ich bin zufried. Ich werde es jetzt darüber nachleschen, Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen dich schlaue. Ich habe mir keine Zeit, ob ich immer in der Lage bin. Ich habe mich immer was, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich habe mich nicht mehr als Erinnerung. Ich werde dir das Ding nicht mehr schlaue. Ich werde mich nicht mehr für das, was ich noch nicht mehr zurückgeleche. Ich habe mich nicht mehr für das Ding zu vermitteln. Schnell, dass du einen Blenden da bist. Ich habe mich, wenn du meinen Blenden da bist. Das war's für mich. Das war's für heute. Die Eater haben sich gegen die Digital Wave verletzelt. Sie haben eine Verbesserung der Digital Wave, die mit der Digital Wave verletzelt. Ah! Achtung! Okay, ich werde mit mir ab. Die beiden, bis zum Nokia, bis zum Nokia! Ich bin bereit. Ja super, gleich zwei Eater Omnimon ist weg. Leute, was zur Hölle? Yugo ist der Sohn vom Kamishiro. Ich kapier nichts mehr. Und ich versteh nicht, wieso... Oh, das könnte so geil sein. Ah, ich hab alle meine Kräfte ausgebaut beim letzten Bossfight, Mann. Okay, aber die sind nicht allzu stark. Leg los, Mann. Ah, okay. Das sind schwache Eater zum Glück. Oh, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, nicht Modusmon. Dankeschön. Okay, zack. Heal. Na, muss ich nicht. Komm, einfach drauf, Mann. Bam. So, 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 so. Hätte ich bloß irgendeinen Skill, Mann. Warte, kann ich? Ja, ich kann Physical Drain, Mann. Yes. Das ist ungefähr so stark wie eine Standardattacke und dazu halte ich ein bisschen Punkte. Okay. Ja, das Mann, du bist der Einzige, der noch Special Moves machen kann, aber die, dich brauche ich trotzdem nicht. Ah, wir haben den Wechsel, Mann. Sa, sa, cool, Mann, Mann. Jetzt kann er, jetzt kann er glänzen, Mann. Jetzt kannst du glänzen, mein guter Freund. So, ich versuche hier irgendwie meine SP wieder nach oben zu ziehen. Ich kriege immer ein, warte, ich kriege immer drei Punkte, oder? Ja, super. Ich kriege drei Punkte, das kostet mich drei Punkte. Komm, leg einfach mal los. Amethyst Mandala, komm. Da, 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 BAM! Sakuya-Mon, oh, danke, du bist meine Rettung, Mann. Zum Glück haben wir dich noch in der Hinterhand. Mir war ich selbst beim nächsten Bossfight, gehe ich nicht ohne Metall Greymon und Werdegarellmon. Ähm, Metall Greymon und Wargrowmon. Also, komm, einmal koste mal Sakuya-Mon ein bisschen. Und dann, komm, beenden wir's, komm, 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 komm. Was haben wir? Physical Drain! Cross Dimmel Sharp! So kürzlich das, Mann. Hat mal sechs SP vielleicht. Vier! Oh, sie geht nahe, komm, komm, das Wachsenkennen, Leute. Und nun, die Abortabon! Komm! Beendes! Oh! Keinem Bock auf blöde Eater, Mann. Mann. Mann, Very Hang. Sakai-Top war! Vier! Alright. W-nis. W-n-N-E. Wo-n-I. W-n-I. Wie zitiP ist das und wenn die abOTDE Eater. W-n-I. 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 W-n. W-n-I. Was ist das? Ich glaube, dass Nokia ein bisschen was. Ich glaube, dass es ein Nokia ist. Ich bin jetzt noch nicht so gut. Ich habe mich nicht mehr als ich, wie ich mich überraschend habe. Ich habe mich überraschend, dass ich mich überraschend habe. Ich habe mich überraschend, dass ich mich überraschend habe. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Yugo? Was ist das? Daher ist Yugo. Was ist das? 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 Eater wird weggegangen. Herr! 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 Ich bin jetzt noch... ... hast du jetzt noch... ... Yugo? Yugo haben zwei, Yugo? ... sie haben Sie die Jugo? ... Sie sind das? Herr? ... ... Es ist das... ... ... ... Yes! Was ist das? Nein! Was ist das? 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 Ah! Ich bin jetzt! Was ist das jetzt? Ich habe das erste Mal gesehen. Ich habe das, was ich heute noch nicht gesehen. Das war's. Ich habe die Schmerzen. Ich bin von Ihnen. Ich bin von Ihnen. Ich bin von Ihnen. Ich bin von Ihnen. Das ist das, was ich? Ich habe schon versucht, die Eater zu bewerben, aber ich habe schon versucht, die Eater zu bewerben. Und dann, wenn du das benutzt, kannst du einfach nur die Welt entfernen. Das ist das, was du, dass deine Gedanken dazu braucht. Es ist wichtig, dass die Erinnerung für die Erinnerung ist. Yuko-chan, ich habe noch ein bisschen gearbeitet. Ah? Ah? Du hast... Du hast... Ich denke, dass es nicht so gut ist, dass es so gut ist. Ich denke, dass du ein wenig schweres Gehirn ist. Kannst du jetzt ankommen, woher ich mich? Ich denke, dass du nicht so gut bist. Ich bin so gut, dass du nicht so gut bist. Aber du bist so gut. Ich bin so gut, dass du nicht so gut bist. Das ist ein sehr guter Erwerb. Für diese Gerichte ist es, dass man die Abitur zu freiwillig machen kann, dass man die Edeen zu logieren. Man kann man die Welt machen, und man kann man die Lebensweise über die Welt in den Weltkrieg machen. Ich kann es nicht mehr machen. Yuko, hast du dich erinnert? Wenn du mit Yugo erinnert, dann bist du von Yugo. Du bist der 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 Yugo. Wenn du mit dem Hacker bist, dann kannst du das so viele Hacker-Best. Ich kann es nicht so viele Hacker-Best. 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 Ich kann es... Hacker-Best. Das heißt, Du bist erinnert. Ich hab das ja nicht mehr in den genauen. Du kannst es noch nicht mehr sehen. Und du kannst es noch einen restlichen Ratedreignen. Du kannst du in die Welt herauszuhm. Und du kannst dich auch wiederdämen. Hhhhhhh 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 Also, ich muss sagen Als Jugo Als ich jetzt darauf und dass Jugo Jugo ein Mädchen war Ist es mir auch dann für die Schuppen von den Augen aufgefallen Dass das im Endeffekt auch die gute Jugo ist Das hat man ziemlich deutlich auch gesehen An ihrem Verhalten und irgendwie Es kam dann raus, finde ich Als sie dann so mädchenhaft geschrien haben Aber er wurde auch bis jetzt immer als er angesprochen Der Jugo, wenn ich mich nicht erinnere Er hat auch immer so ne männliche Stimme gehabt Aber auf einmal nimmer, egal Zumindestens, das ist echt furchtbar was da jetzt alles geschehen ist Also die Ida haben angegriffen, wir konnten sie zurückschlagen Erstmal, dann kam dieser Geist Der im Endeffekt ja nur ein anderer Jugo ist Beziehungsweise Jugo Und, achso, oder warte Der Geist ist Jugo und wir sind Jugo Und sie ist, also Jugo ist Jugo Ohhhhhhh Mein Fuck Und, ähm Hat uns geholfen hier die, äh, loszuwerden Wir sind erstmal versucht hier, ähm Der guten Jugo hinterher zu jumpen, wollten sie beschützen Aber irgendwie hat sie uns einfach weggehauen Keine Ahnung was das Errate und, ähm Faye und Nokel geworden ist Sondern das Omnimon, ich hoffe Omnimon bringt irgendwie alle Halle raus Leute, es wird richtig spannend Und ich hoffe beim nächsten Mal geht's weiter so spannend weiter Bis zum nächsten Mal, von den Gimons Harbesläuf, haut rein und auf wir sehen Ciao Ciao